. . . . . . . Ich hab keine Beziehung zu der Republik Österreich gehabt. Die hat schon ein paar Mal einen Knacks gemacht. Ich hätte mich da nicht hinstellen können und jubeln können. Wir sind endlich frei. Wie frei war ich denn? Ich war so frei, dass wir nicht einmal lernen können haben lassen. Wir sind frei. Mein Gott, die haben genug von Österreich gehabt und sind nach Hause gezogen. Das war eigentlich alles.